Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Info-Video hier auf unserem Kanal, beziehungsweise guten Abend, das ist inzwischen etwas spät, ich weiß, das Info-Video wird vermutlich so um halb zwölf abends rauskommen, ich stecke nämlich quasi gerade unmittelbar vor meiner Klausurenphase und müsste eigentlich lernen und komme deswegen ein Gefühl zu nichts, aber es kommen aktuell einfach so viele spannende Spiele raus, dass ich eigentlich doch was für YouTube machen muss und dazu gibt es weitere neue Infos zum Rouge-Turnier, die ziemlich wichtig sind, sein werden, genau, das wichtigste vorerst morgen um 18 Uhr ungefähr gibt es einen Livestream, vermutlich auch eher gegen 18.30 Uhr, 19.00 Uhr, ich kündige jetzt mal 19.00 Uhr an, vermutlich wird es dann auch so werden, kann sein, dass es eine halbe Stunde vorher anfangen, aber da fange ich nicht an mit spielen, sondern es geht halt schon mal über alles mögliche, genau, und zwar werden wir Anno spielen, Anno 1800, nicht die Beta oder sonst was, ich lade es mir hier gerade auch mal runter, ich habe netterweise von Ubisoft die vollständige Version bekommen, vorab Zugang, es war echt stressig, das zu aktivieren, weil es gab ja die Anno-Peta, ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, er wollte mir natürlich die ganze die Beta installieren, es war schrecklich, aber gut, genau, ich habe es auch schon, also für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, ich studiere ja hier in Stuttgart und habe da einen Rechner und ich habe auch in meiner Heimat, also bei meiner Familie einen Rechner, da habe ich schon ordentlich gespielt, also fast drei Stunden und habe auch, ja, bin gut in der Kampagne vorangekommen, war auf jeden Fall interessant und deswegen gibt es morgen einen Livestream zu Anno, zwei, drei Stunden ungefähr und ja, Imperator Rome kommt auch noch, aber da haben wir leider momentan noch ein Embargo, also so viel sei gesagt, ich darf eigentlich noch gar nichts dazu sagen, deswegen, es kommt auf jeden Fall auf dem Kanal, ich denke, das ist schon okay, also, bin da auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ansonsten morgen Livestream und jetzt kommen wir zum Frühsturnier, das Halbfinale ist durch, da allerdings morgen erst das Video kommt zum letzten Halbfinale, zeige ich euch jetzt natürlich nicht, wer gewonnen hat, aber das Halbfinale wird wie folgt aussehen, es gibt zwei Stück, das Halbfinale ist meistens an sich und da wird in der ersten Runde auf Diplomaten gespielt, Spielmodus 45, bei 60 Minuten, man soll quer gegenüberliegend spielen, das bedeutet das Channel 2 vs 2 Map, oder 4 FFA, da spielt man immer den und den oder den und den und nicht den und den, das ist manchmal quer gegenüberliegend. Dann, ähm, Runde 2, also man spielt quasi ein BO3, so wer jetzt nur zwei Spiele gewonnen hat, ja genau, also es werden drei Spiele gespielt und wer zwei gewonnen hat, hat er tatsächlich gewonnen, wenn natürlich einer beide gewinnt, dann werden nur zwei Spiele gespielt, ich denke, das ist systemisch klar. Ähm, Runde 2 wird auch für Suf gespielt, äh, falls man das nicht hat, warum auch immer, weil es wird mehr als DLC angezeigt, dann auf Feld der Ehre. 1942 auch ein 2 vs 2, Karte wird also sehr interessant und wenn es ein Unentschieden gibt, also jeder eine Runde verloren, äh, und gewonnen hat, dann gibt es ein 1 vs 1 auf Blitz in dem Atombonus, einfach nur, weil ich es witzig finde. Ich hoffe, es kommt dazu, es wäre schön. Und ansonsten, ähm, genau, wenn es keinen eindeutigen Sieger gibt, wird natürlich die Runde an und für sich nochmal wiederholt, genau mit denselben Settings. Dann war es eigentlich soweit, ich gehe jetzt schlafen und wenn es Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare, ich habe morgen eine Vorlesung, dann kann ich dann auch eingehen. Ansonsten freue ich mich auf einen Livestream an, nur hat echt Spaß gemacht, weil ich kam gut damit zurecht auf jeden Fall, auch wenn es manchmal ein bisschen, ein bisschen buggy war. Ja, aber da war ich selber schuld, ich habe quasi mitten, äh, ich habe eine Kampagne gemacht und quasi mitten in diesem, ja, Trailer, ach nicht Trailer, ja, ich sag mal, bei Fisch das Wort nochmal dafür. Ihr wisst, was ich meine. Dieser Zwischenschnitt, wo die dann labern und so, da bin ich dann gegangen, am Rechner, also einfach alte 4 und raus und dann hat es keine Fortschritte mehr geladen, es war ein bisschen ärgerlich. Aber egal, wir fangen ja eh quasi ein neues, freies Spiel an und schauen uns einfach mal die Sachen an, weil ich denke, im freien Spiel kann man das tendenziell am besten machen. Ansonsten mit Heu geht es auch ganz normal weiter, wie gewohnt. Gut, dann war es das jetzt soweit von mir. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen beim Livestream sehen und bis dahin. Ciao, Leute.